Wir reden noch von der Schule. Gestern warst du in der Schule. Was hast du in der ersten Stunde gekannt? Rechnen. Rechnen. Geht das gut? Also wahnsinnig schnell. Schnell. Was gibt es zum Beispiel 5x10? Was? 55. Caroline 5x10. 55. Das ist ja total falsch. Aber wahnsinnig schnell. Dann machen wir eine andere Rechnung. Was gibt es zum Beispiel 4x4? Jetzt hätte ich gerne ein Bier. Darf ein Kind Bier trinken? Nein! Nein! Auf keinen Fall. Und du sollst nicht Gedichte machen. Du sollst rechnen. 4x4 gibt 90. 12. Schau auf meine Finger. Sie sind dreckig. Habe ich dreckig viele Finger? Jetzt habe ich es gleich gewaschen, Caroline. Noch mal, 4x4 gibt nicht 90, sondern dunstig. Nein, nicht dunstig. Haben wir vorgestern gehabt. Noch mal eine Konzentration. 4x4 gibt nicht 90 und 4x4 gibt nicht dunstig, sondern 16. 16. Und wie hast du jetzt das gerechnet? Nimm es, Grenninger, dunstig. Uuuuua! 5x5. 5x5. 5x5.